jo leute was geht checkpoint sander hier ich grüße euch ich zeige euch heute ganz schnell wie ihr in diablo 4 die open beta early access installieren können das ist nämlich ein bisschen tricky vor allem für die playstation und deswegen zeige ich euch das heute einmal eigentlich ziemlich easy geht erst mal playstation store und sucht nach diablo 4 version die ihr vorbestellt habt klickt da einmal drauf und seit dann in dem produkt drin ja freunde lasst gerne mal ein däumchen hoch oder auch ein abo da wenn euch dieses video helfen konnte wenn ihr nämlich im produkt seid dann ist das relativ simpel ihr klickt auf diese drei pünktchen hier an der seite und macht dann produkt anzeigen ja anschließend kommt ihr in das produkt hinein und könnt dann eine übersicht sehen wie die neuesten videos und so weiter das interessiert uns alles aber nicht weil wir wollen ja die beta runterladen also drücken wir wieder auf die drei pünktchen und können dann diablo 4 open beta öffnen ja wenn ihr dann in der beta drin seid könnt ihr natürlich den download sofort starten und ihr könnt dann ab 17 3 17 uhr anfangen zu zocken und schon mal das game ausprobieren es befindet sich euch dann bei euch schon in der bibliothek ihr könnt das dann entsprechend starten sobald es freigegeben ist ja und da wünsche ich euch viel spaß freunde und denkt dran däumchen hoch und aber nicht vergessen falls euch das video geholfen habt und dann sehen beziehungsweise haben uns beim nächsten mal alle geiz zu diablo 4 bekommt ihr natürlich bei mir wie immer im kanal euch schon mal viel spaß mit der beta und bis dahin macht gut adios und